Puh, heutzutage kann man schon aus der Puste kommen, wenn man sich für die richtige Geldanlage entscheiden muss. Und dann kommen auch noch die großen Banken mit ihrer Werbung, mit der sie uns weismachen wollen, dass sie uns verstehen. Aber sie zeigen uns keine Menschen wie dich und mich, sondern irgendwelche Sportstars, die leicht Reden haben. Also, bleiben wir doch am Boden. Keine Bank der Welt kann Menschen reich machen, geschweige denn Hamster. Deshalb haben wir uns als DAB Bank schon immer bemüht, anders zu sein. Eine Bank, wie die im Park, die einen auch mal relaxen lässt, indem man bei ihr genauso viel Risiko eingehen kann, wie man selbst möchte. Eine Bank, die auch mal gratis ist, aber nie umsonst. Menschen möchten keine marmorgetäfelten Filialen und Glaspaläste ihrer Bank finanzieren, sondern sich ihre eigenen Wünsche erfüllen. Sie wollen eine Bank, die sie nicht ausnimmt, sondern die Ausnahme ist. Ist es nicht schön, dass wir diese Bank sind? Die DAB Bank. Die Andersbank. Die Dabläuze. Die Dabläuze. Untertitelung des ZDF, 2020